Robert Habeck trifft bei einer Veranstaltung auf Angela Merkel. Frau Merkel, Sie waren so erfolgreich. Was ist Ihr Geheimnis? Ich arbeite nur mit schlauen Menschen zusammen. Pass auf. Frau Baumann, Deine Eltern haben ein Kind, aber es sind nicht Deine Geschwister. Wer ist das? Beate Baumann antwortet, dass sie es selbst ist. Robert Habeck ist sehr beeindruckt. Zurück in der Ukraine will er es testen. Er ruft Annalena Baerbock zu sich. Berbi, Deine Eltern haben ein Kind, es sind aber nicht Deine Geschwister. Wer ist das? Einen Moment, Robert, ich frage mal in die Runde. Bei den Grünen weiß es niemand. Also fragt sie einen Journalisten und kommt zurück. Ich habe die Antwort, es ist der Journalist da hinten. Robert Habeck ist sichtlich enttäuscht und antwortet, Nein, die Antwort ist Beate Baumann.